Kapitel 22 Meine Freunde fallen aus einem Baum Zum Glück las mich ein freundlicher Berserker auf, als ich im Spa im 112. Stockwerk herumirrte. Er hatte sich gerade die Fußpflege für den Mann von Welt gegönnt. Bloß weil du Leute umbringst, müssen deine Füße das ja nicht auch tun, und brachte mich nur zu gern zum Fahrstuhl zurück. Als ich den Speisesaal erreichte, aßen die anderen schon. Ich orientierte mich an X, der selbst in der riesigen Menge kaum zu übersehen war, und schloss mich meinen Nachbarn aus dem 19. Stock an. Wir tauschten Geschichten über die Schlacht am Morgen aus. Ich hab gehört, du hast Albenzeit benutzt, sagte Halbgeboren. Beeindruckend! Ich hatte den Energiestoß, der den anderen allesamt die Waffen aus der Hand geschlagen hatte, fast vergessen. Äh, ja, ähm, was ist denn Albenzeit eigentlich genau? Elfenmagie, sagte Mallory. Feige Wahn in Hexerei, eines echten Kriegers unwürdig. Sie boxte mir gegen den Arm. So gefällst du mir schon besser. Ich versuchte zu lächeln, obwohl ich nicht wusste, wie ich es geschafft hatte, Elfenmagie anzuwenden. So viel ich wusste, war ich kein Elf. Ich dachte daran, dass ich extremen Temperaturen standhalten konnte, und wie ich im Fahrstuhl Gunilla geheilt hatte, war das wohl auch Albenzeit gewesen? Vielleicht lag es daran, dass ich ein Sohn des Frey war, obwohl ich nicht begriff, auf welche Weise diese Fähigkeiten miteinander zu tun hatten. TJ machte mir ein Kompliment, weil ich den Hügel eingenommen hatte. X machte mir ein Kompliment, weil ich länger als fünf Minuten überlebt hatte. Es tat gut, mich als Teil der Gruppe zu fühlen, aber ich hörte nicht so richtig zu. In meinem Kopf war nach dem Rundgang mit Gunilla und dem Traum von Loki auf Odins Thron noch immer alles total durcheinander. Am Ehrentisch murmelte Gunilla hin und wieder Helgi was zu, und dann warf er einen düsteren Blick in meine Richtung. Ich wartete darauf, dass er mich aufrief und zusammen mit Hunding zum Traubenschälen verdonnerte, aber anscheinend wollte er sich eine bessere Strafe überlegen. Morgen früh, hatte Gunilla gesagt, müssen wir unsere Vorsichtsmaßnahmen treffen. Nach dem Essen wurden zwei Neulinge in Valhalla willkommen geheißen. Ihre Videos waren angemessen heroisch. Keine einzige Norne ließ sich blicken. Keine Walküre wurde in Schande verstoßen. Keine quietschenden Pfeile wurden auf irgendwelche Hintern abgeschossen. Als die Massen aus der Festhalle strömten, klopfte mir TJ auf die Schulter. Ruh dich aus! Morgen wartet ein neuer ruhmreicher Tod auf dich! Jippie, sagte ich. Ich konnte nicht schlafen. Stundenlang liefe ich in meinem Zimmer hin und her, wie ein Tier im Zoo. Ich wollte das Urteil der Tane am Morgen nicht abwarten. Ich hatte ja gesehen, wie weise sie urteilen, als sie Sam ausgestoßen hatten. Aber was hatte ich schon für eine Wahl? Sollte ich aufs Geratewohl im Hotel herumschleichen und Türen öffnen, in der Hoffnung eine zu finden, die zurück nach Boston führte? Selbst wenn es mir gelänge, würde das ja nicht garantieren, dass ich in mein luxuriöses Leben als Straßenkind zurückkehrte. Gunilla oder Surt oder irgendein anderer nordischer Fiesling könnten mich jederzeit ein weiteres Mal ausfindig machen. Wir müssen wissen, auf welcher Seite du stehst, hatte Gunilla gesagt. Ich stand auf meiner Seite. Ich wollte nicht in irgendeine wikingische Götterdämmerung verwickelt werden, aber irgendwas sagte mir, dass es zu spät war. Meine Mom war vor zwei Jahren gestorben, und gleichzeitig waren noch etliche andere üble Dinge in den neuen Welten passiert. Bei meinem üblichen Glück musste es da einen Zusammenhang geben. Wenn ich Gerechtigkeit für meine Mutter wollte, wenn ich herausfinden wollte, was mit ihr passiert war, dann konnte ich mich nicht wieder unter einer Brücke verkriechen. Ich konnte aber auch nicht weiter in Valhalla herumhängen, schwedisch Unterricht nehmen und mir PowerPoint-Vorträge darüber ansehen, wie man Trolle killt. Gegen fünf Uhr morgens gab ich den Versuch zu schlafen endgültig auf. Ich ging ins Badezimmer, um mir das Gesicht zu waschen. Saubere Handtücher hingen an der Stange. Das Loch an der Wand war repariert worden. Ich fragte mich, ob durch Magie oder ob irgendein armer Teufel auf diese Weise von den Tarnen bestraft worden war. Vielleicht würde ich bald auch Spanplatten mit Gips beschmieren. Ich ging in meinen kleinen Innenhof und starrte durch die Bäume zu den Sternen hoch. Ich fragte mich, welchen Himmel ich da wohl ansah. Welche Welt? Welche Sternbilder? Die Zweige raschelten. Etwas Dunkles und Menschenförmiges fiel aus dem Baum. Es landete mit einem fiesen Knirschen zu meinen Füßen. Au! heulte er. Blöde Schwerkraft! Mein alter Kumpel Blitz lag auf dem Rücken. Er stöhnte und rieb sich den rechten Arm. Ein zweites Wesen setzte leichtfüßig im Gras auf. Herth, gekleidet in seine übliche schwarze Lederkluft und den Bonbonfarben gestreiften Schal. Er machte sein Zeichen für Hallo. Ich starrte die beiden an. Was habt... Wie seid ihr? Ich musste grinsen. Ich hatte mich noch nie so sehr gefreut, jemanden zu sehen. Arm! wimmerte Blitz. Gebrochen! Warte! Ich kniete nieder und versuchte, mich zu konzentrieren. Vielleicht kann ich dich heilen. Vielleicht? Warte mal, hast du dich neu eingekleidet? Du fragst nach meiner Kleidung? Naja, schon. Ich hatte Blitz noch nie so elegant erlebt. Seine chaotischen Haare waren gewaschen und nach hinten gekämmt. Sein Bart war kurz geschnitten. Seine Cro-Magnon-Uni-Braue war gezupft und gewachst worden. Nur seine Zickzacknase hatten sie nicht operativ korrigiert. Was seine Klamotten anging, hatte er offenbar mehrere edle Boutiquen in der Newbury Street überfallen. Er trug Stiefel aus Alligator-Leder. Sein schwarzer Wollanzug passte sich seiner kleinen untersetzten Statur perfekt an und sah wunderbar aus zu seinem dunklen Teint. Unter seinem Sakko prangten eine graue Paisley-Weste mit einer goldenen Uhrenkette, ein türkises Hemd und eine Cowboy-Krawatte. Er sah aus wie ein sehr kleiner, gepflegter, afroamerikanischer Cowboy-Berufskiller. Herf klatschte in die Hände, um meine Aufmerksamkeit zu erregen. Er signalisierte, Arm heilen? Richtig, entschuldige. Ich legte Blitz sanft die Hand auf den Unterarm. Unter der Haut konnte ich den Bruch ertasten. In Gedanken befahl ich ihm, zu verheilen. Klick. Blitz wimmerte, als der Knochen sich an seinen angestammten Platz zurückbewegte. »Probier's jetzt mal«, sagte ich. Blitz bewegte den Arm. Seine Mine wechselte von Schmerz zu Überraschung. »Das hat ja funktioniert!« Herf sah noch geschockter aus als vorher. Er fragte in Gebärdensprache, »Magie? Wie das?« »Das wüsste ich auch selbst gern«, sagte ich. »Jungs, nehmt es mir nicht übel. Ich freue mich wirklich, euch zu sehen. Aber warum fallt ihr aus meinen Bäumen?« »Kleiner«, sagte Blitz, »seit 24 Stunden klettern wir auf dem Weltenbaum herum und suchen nach dir. Wir dachten gestern Nacht schon, wir hätten dich gefunden, aber...« »Ich glaub, das hattet ihr auch«, sagte ich. »Kurz vor Sonnenaufgang habe ich jemanden in den Zweigenrumoren hören.« Blitz drehte sich zu Herf um. »Ich hab dir gesagt, das war das richtige Zimmer.« Herf verdrehte die Augen und gebärdete es so schnell, dass ich gar nichts mehr verstand. »Ach komm«, sagte Blitz, »deine Idee, meine Idee, das spielt doch keine Rolle. Wichtig ist, dass wir hier sind und dass Magnus noch lebt. Äh, ich meine, technisch gesehen ist er zwar tot, aber er lebt. Was bedeutet, dass der Boss uns vielleicht doch nicht umbringt?« »Der Boss?«, fragte ich. Blitz entwickelte ein hektisches Zucken im Auge. »Ja, wir müssen dir ein Geständnis machen.« »Ihr seid gar nicht obdachlos«, sagte ich. »Gestern Abend hat einer der Tane euch auf einem Video gesehen und...« »Video«, unterbrach Herf. »Ja, Walkürenvision.« »Jedenfalls hat der Tane euch einen Zwerg und einen Alben genannt.« »Ich vermute mal«, ich zeigte auf Blitz, »du bist der Zwerg?« »Typisch«, knurrte Blitz. »Einfach annehmen, ich bin der Zwerg, bloß weil ich klein bin.« »Du bist also nicht der Zwerg?« Er seufzte. »Doch, ich bin der Zwerg.« »Und du?« Ich sah Herf an, aber ich brachte es nicht über die Lippen. Ich war seit zwei Jahren mit diesem Typen befreundet. Er hatte mir Unterricht in Gebärdensprache gegeben. Wir hatten gemeinsam Burritos aus Mülltonnen gegessen. Was für ein Albe tut denn sowas?« »Albe«, Herf gebärdete einen Buchstaben nach dem anderen. Manchmal auch Elf genannt. »Aber ihr seht doch gar nicht anders aus als Menschen.« »Streng genommen«, sagte Blitz, »unterscheiden sich Menschen nicht allzu sehr von Alben oder Zwergen.« »Ich kann nicht fassen, dass ich dieses Gespräch führe, aber so klein bist du nun auch wieder nicht. Für einen Zwerg meine ich. Du könntest als ganz normaler kleiner Mensch durchgehen.« »Was ich auch tue«, sagte Blitz. »Und das schon seit zwei Jahren. Es gibt Zwerge in unterschiedlichen Größen, genau wie Menschen. Ich bin übrigens ein Dunkelalbe.« »Ein Runkelalbe?« »Mann, wasch dir die Ohren, Kleiner. Ein Dunkelalbe. Ich komm aus Schwarz-Albheim.« »Äh, hast du nicht eben gesagt, du bist ein Zwerg?« »Dunkelalben sind nicht direkt Elfen, Kleiner. Das ist, wie nennt ihr das noch gleich, naja, Fehlbenennung. Wir sind eine Untergruppe der Zwerge.« »Na, das erklärt natürlich alles.« Was für ihn gleichbedeutend damit war, sich brüllend vor Lachen auf dem Boden zu wälzen. »Schunkelalbe.« »Er heißt Blitzen.« »Kleiner, wir haben nicht viel Zeit. Wir beobachten dich jetzt seit zwei Jahren und versuchen, für deine Sicherheit zu sorgen.« »Für euren Boss.« »Richtig.« »Und wer ist euer Boss?« »Äh, diese Information ist vertraulich. Aber er ist einer von den Guten. Er leitet unsere Organisation, die die Götterdämmerung so lange wie möglich hinauszögern soll.« »Und du, mein Freund, bist derzeit sein wichtigstes Projekt.« »Also, wenn ich hier mal wild drauf losraten darf, ihr arbeitet nicht zufällig für Loki.« Blitzen sah beleidigt aus. Hearth signalisierte einen der Flüche, die er mir beigebracht hatte. »Das war jetzt wirklich unnötig, Kleiner.« Blitzen klang ernstlich verletzt. »Ich hab mich zwei Jahre lang deinetwegen als Obdachloser verkleidet. Meine persönliche Hygiene ist zur Hehl gefahren.« »Weißt du, wie lange ich jeden Morgen im Whirlpool sitzen musste, um den Gestank loszuwerden?« »Entschuldige. Also habt ihr mit der Valkyra Semira zusammengearbeitet?« Herstone gebärdete einen weiteren Fluch. »Mit der, die dich mitgenommen hat?« »Nein, die hat uns nur Probleme gemacht.« Seine Zeichen wortwörtlich genommen waren eigentlich »Die genommen dich Probleme uns gemacht.« Aber ich konnte diese Zeichen inzwischen ziemlich gut verstehen. »Du solltest doch gar nicht sterben, Kleiner«, sagte Blitzen. »Es war unsere Aufgabe, dich zu beschützen.« »Aber jetzt, naja, jetzt bist du ein Einherje.« »Vielleicht können wir es ja trotzdem noch schaffen.« »Wir müssen dich hier rausholen.« »Wir müssen dieses Schwert finden.« »Dann los«, sagte ich. »Jetzt widersprich mir doch nicht«, sagte Blitzen. »Ich weiß, du bist im Paradies der Krieger und alles ist neu und aufregend. Blitz, ich hab gesagt, dann los.« Der Zwerg blinzelte. »Aber ich hatte mir diese ganze Rede so schön zurechtgelegt.« »Ist nicht nötig. Ich vertrau dir.« Und das Seltsame daran war, ich sagte die Wahrheit. »Okay, Blitzen und Hearthstone waren professionelle Stalker, die mich für eine streng geheime Anti-Götterdämmerungsorganisation im Auge behalten hatten. Und anscheinend war es ihre Vorstellung von Schutz, den Herrn der Feuerriesen mit billigem Plastikspielzeug anzugreifen. Sie gehörten nicht einmal derselben Art an wie ich. Aber sie hatten zu mir gehalten, als ich obdachlos gewesen war. Sie waren meine besten Freunde. Ja, so verkorkst war mein Leben nun mal. »Na gut«, Blitzen wischte sich die Grashalme von seiner Paisley-Weste. »Wir klettern einfach den Weltenbaum hoch, bevor...« Von irgendwo über uns hallte ein explosives »Jipp« im ganzen Raum wieder. Es klang, als ob sich ein Boston Terrier von 3000 Kilo an einem Mammutknochen verschluckt hätte. »Allmächtige Götter«, Blitzen packte meinen Arm. Zusammen mit Hearthstone stieß er mich aus dem Innenhof. »Kleiner, bitte sag mir, dass du noch einen anderen Ausgang aus diesem Hotel weißt. Denn den Baum nehmen wir auf keinen Fall.« Ein weiteres »Jipp«, ließ den Raum erbeben. Abgebrochene Zweige rieselten zu Boden. »Was ist da oben?«, fragte ich, und meine Knie zitterten. Ich dachte an die Weissagung der Nornen, die mich einen Herold des Bösen genannt hatten. »Ist das... ist das der Wolf?« »Vier Schlemmer«, sagte Blitz. »Es ist das Eichhörnchen.« Kapitel 23 »Ich recycle mich selbst« »Wenn jemand sagt, es ist das Eichhörnchen«, dann stellt man besser keine Fragen. Man nimmt die Beine in die Hand.« Das Gebell allein brachte mich vor Angst fast um den Verstand. Im Wegrennen schnappte ich mir das hoteleigene Schwert. Ich glaubte allerdings nicht, dass ich es brauchen würde. Wenn ich mit jemandem kämpfen müsste, würde mein Gegner sich über unseren grünseitigen Walhalla-Schlafanzug totlachen, noch ehe ich zur Klinge greifen könnte. Wir stürzten auf den Gang, und dort standen TJ und Mallory, beide verschlafen und in aller Eile angekleidet. »Was ist denn das für ein Krach?« Mallory sah mich übellaunig an. »Und warum hast du einen Zwerg und einen Alben im Zimmer?« »Eichhörnchen«, schrie Blitzen und knallte meine Tür zu. Herth sagte dasselbe in Gebärdensprache, eine Geste, die beunruhigenderweise aussah, wie Kinnbacken, die Fleisch zerfetzen. TJ sah aus, als ob ihn jemand ins Gesicht geschlagen hätte. »Magnus, was hast du angerichtet?« »Ich muss weg aus dem Hotel, und zwar sofort. Haltet uns bitte nicht auf.« Mallory fluchte in einer Sprache, die vielleicht gälisch war. Unsere kleine Gruppe hier auf dem Flur war eine richtige Internationale der Verwünschungen. »Wir halten dich nicht auf«, sagte sie. »Das hier wird uns ein Jahrzehnt Waschküchendienst einbringen, aber wir helfen dir.« Ich starte sie an. »Warum? Ihr kennt mich doch gerade mal einen Tag.« »Lange genug, um zu wissen, dass du ein Idiot bist«, knurrte sie. »Was sie zu sagen versucht«, erklärte TJ, »ist, dass Flurgenossen immer zusammenhalten.« »Wir werden deinen Ausbruch decken.« Meine Zimmertür bebte. Risse zogen sich wie Spinnweben hinter dem Namensschild entlang. Ein Dekorationsspeer fiel von der Korridorwand. »X«, rief TJ, »Hilfe!« Die Tür des Halbtrolls flog aus den Angeln. X trampelte auf den Gang, als ob er dahinter gestanden und auf den Hilferuf gewartet hätte. »Ja!« TJ zeigte auf mich. »Magnus, Tür! Eichhörnchen!« »Okay!« X marschierte hinüber und presste seinen Rücken gegen die Tür. Die bebte noch einmal, aber X hielt stand. Wütendes Gebell erscholl aus meinem Zimmer. Halbgeboren Gunderson kam mit nichts als einer mit Smilies bedruckten Unterhose aus seinem Zimmer. Er hielt eine doppelschneidige Axt in der Hand. »Was ist denn hier los?« Er starrte Blitz und hörf wütend an. »Soll ich den Zwerg und den Alpen killen?« »Nein!« »Wimmerte Blitzen.« »Nicht den Zwerg und den Alpen killen!« »Die gehören zu mir«, sagte ich. »Wir gehen!« »Eichhörnchen!« erklärte TJ. Halbgeborens zottige Augenbrauen hoben sich. »Eichhörnchen!« »Wie in das Eichhörnchen?« »Das Ober-Eichhörnchen!« »Das Ober-Eichhörnchen aller Eichhörnchen!« »Und ich bin umgeben von den Obertrotteln aller Trottel!« Ein Rabe schoss durch den Gang. Er landete auf dem nächstgelegenen Sicherungskasten und krächzte mich anklagend an. »Na super!« sagte Mallory. »Die Raben haben gespürt, dass deine Freunde hier eingedrungen sind. Das bedeutet, dass die Walküren auch bald eintreffen werden.« Aus der Richtung der Fahrstühle zerriss ein halbes Dutzend heulende Schreie die Luft. »Und das dürften Odins Wölfe sein«, meinte Halbgeboren. »Die sind sehr nett, solange du nicht unbefugt irgendwo eindringst oder unbefugt das Hotel zu verlassen versuchst. Denn dann reißen sie dich in Fetzen!« In meiner Kehle braute sich ein wenig heldenhaftes Schluchzen zusammen. Ich konnte es hinnehmen, von einem Eichhörnchen oder einer Walkürenarmee getötet zu werden, von mir aus auch von einer weiteren Axt in meinem Gesicht. Aber nicht von Wölfen! Meine Beine drohten unter mir nachzugeben. »Blitz und Hearth«, meine Stimme zitterte. »Gibt es irgendeinen Alarm, den ihr aus Versehen nicht ausgelöst habt?« »Nicht fair«, beklagte sich Hearth. »Wir sind den Baumminen ausgewichen.« »Baumminen?« Ich war mir nicht sicher, ob ich ihn richtig verstanden hatte. Halbgeboren Gunderson hob seine Axt. »Ich halte die Wölfe auf! Viel Glück, Magnus!« Er stürmte den Gang entlang und brüllte »Tot!« während die Smileys auf seiner Boxershorts Wellen warfen. Malories Gesicht wurde rot. Ob vor Verlegenheit oder Begeisterung, war mir nicht klar. »Ich bleib bei X, für den Fall, dass das Eichhörnchen durchbricht«, sagte sie. »TJ, bring sie zum Recyceln!« »Klar!« »Recyceln!«, fragte Blitz. Malorie zog ihr Schwert. »Magnus, ich kann nicht behaupten, es sei ein Vergnügen gewesen, dich kennenzulernen. Du bist total nervig. Und jetzt mach, dass du wegkommst!« Wieder bebte meine Zimmertür. Von der Decke rieselte Gips. TJ pflanzte sein Bayonett auf. »Dann los!« Er führte uns den Gang entlang. Über seinem Schlafanzug trug er seinen blauen Uniformrock. Ich vermutete, dass er darin schlief. Hinter uns heulten die Wölfe und halbgeboren Gunderson brüllte etwas auf Alt-Nordisch. Einige Einherje öffneten ihre Türen, als wir vorüberrannten, um zu sehen, was los war. Als sie TJ mit seinem Bayonett sahen, zogen sie sich ganz schnell wieder zurück. Links, rechts, rechts, links. Ich verlor den Überblick über die Abzweigungen. Ein weiterer Rabe schoss vorbei und krächzte wütend. Ich versuchte, ihn aus der Luft zu hauen. »Tu das nicht!« sagte TJ warnend. »Die sind Odin-heilig!« Wir kamen gerade an einer weiteren Abzweigung vorbei, als eine Stimme brüllte. »Magnus!« Ich machte den Fehler, hinzuschauen. Links von uns, keine 20 Meter entfernt, stand Gunilla in voller Rüstung und mit einem Hammer in jeder Hand. »Noch ein Schritt!«, fauchte sie. »Und ich mach dich fertig!« TJ schaute mich kurz an. »Ihr drei lauft weiter. Die nächste rechts, dann kommt ein Schacht mit der Aufschrift Recycling. Da springt ihr rein. »Aber keine Zeit!«, TJ grinste. »Bringt ein paar Rebellen für mich um. Oder Monster. Egal was!« Er richtete sein Gewehr auf die Walküre, brüllte, »54. Regiment von Massachusetts!« und griff an. Herth packte meinen Arm und zerrte mich weiter. Blitz fand den Recycling-Schacht und riss ihn auf. »Los, los!« Hearthstone ließ sich kopfüber hineinfallen. »Jetzt du, Kleiner!«, sagte der Zwerg. Ich zögerte. Der Gestank, der aus dem Schacht aufstieg, erinnerte mich an die Zeiten, in denen ich Container durchwühlt hatte. Plötzlich fand ich den Komfort von Hotel Valhalla gar nicht so schlecht. Dann heulten wieder die Wölfe, diesmal näher, und ich recycelte mich. Kapitel 24 Ihr hattet nur eine Aufgabe. Es stellte sich heraus, dass Valhalla seinen Abfall zum Recyceln ins Baseballstadion nach Fenway schickte, was die Probleme erklären könnte, die die Red Sox mit ihren Angriffen hatten. Hearthstone rappelte sich gerade auf, als ich auf ihm landete und ihn wieder zu Boden riss. Dann knallte Blitzen auf meine Brust. Ich stieß ihn weg und rollte mich zur Seite, nur für den Fall, dass sonst noch jemand vom Himmel fallen wollte. Ich kam mühsam auf die Füße. »Warum sind wir in Fenway Park?« »Frag mich nicht«, Blitzen seufzte entmutigt. Sein schöner Wollanzug sah aus, als ob er den Verdauungstrakt einer Schnecke passiert hätte. »Die Türen nach und aus Valhalla sind berüchtigt für ihre Unzuverlässigkeit. Wenigstens sind wir in Midgard.« Reihen von roten Sitzbänken ragten leer und stumm vor uns auf. Sie hatten eine unangenehme Ähnlichkeit mit denen in der Festhalle der Erschlagenen vor dem Einmarsch der Einherje. Das Spielfeld war bedeckt von einem Patchwork aus gefrorenen Planen, die unter meinen Füßen knirschten. Es war gegen sechs Uhr morgens. Der Osthimmel färbte sich gerade erst grau. Mein Atem dampfte in der Luft. »Wovor laufen wir eigentlich weg?«, fragte ich. »Was ist denn das für ein Eichhörnchen?« »Ratatosk«, sagte Blitz. »Der Fluch von Welt 3!« »Wer immer es wagt, die erste von Yggdrasil hochzuklettern, muss sich diesem Monster früher oder später stellen. Du kannst dich glücklich schätzen, dass wir entkommen sind.« Haston zeigte auf die Morgendämmerung. Er signalisierte, Sonne, schlecht für Blitzen. Blitz knifft die Augen zusammen. »Da hast du recht. Nach der Sache auf der Brücke kann ich nicht noch mehr direkte Sonneneinstrahlung vertragen. Wie meinst du das?« Ich sah mir sein Gesicht genauer an. »Wirst du grau?« Blitzen wandte sich ab, aber es gab keinen Zweifel. Seine Wangen hatten sich zur Farbe von feuchtem Ton aufgehellt. »Kleiner, ist dir vielleicht mal aufgefallen, dass du mich tagsüber eher selten gesehen hast?« »Ich, äh, doch. Es war so, als ob Herth die Tagschicht übernommen hätte und du eben die Nachtschicht.« »Genau. Zwerge sind unterirdische Geschöpfe. Sonnenlicht ist tödlich für uns. Allerdings nicht so tödlich wie für Trolle. Ich kann ein bisschen aushalten. Aber wenn ich zu lange draußen bleibe, fange ich an, naja, zu versteinern.« Ich erinnerte mich an den Kampf auf der Brücke, als Blitz einen breitkrempigen Hut, einen Mantel, Handschuhe und Sonnenbrille getragen hatte. Wirklich ein seltsames Modestatement. Noch dazu mit dem Machtplatz für die Endline-Schild. »Und wenn du dich bedeckst, passiert dir nichts?« »Es hilft. Dick einmummeln, Sonnenschutz und so weiter. Aber im Moment,« er zeigte auf seine Kleidung, »bin ich nicht darauf vorbereitet. Ich hab meine Ausrüstung irgendwo im Weltenbaum liegen lassen.« Hearthstone gebärdete. Nach der Brücke waren seine Beine wie Stein. Konnte nicht gehen bis zur Nacht. Ich spürte einen Kloß im Hals. Der Versuch von Blitz und Herth, mir auf der Brücke zu Hilfe zu kommen, war ziemlich albern gewesen, aber sie hatten immerhin einen Versuch gemacht. Blitzen hatte schon allein dadurch sein Leben aufs Spiel gesetzt, dass er bei Tageslicht unterwegs gewesen war. Ich hatte so viele Fragen, und mein Leben, mein Tod, war auch schon wieder das totale Chaos, aber dass Blitzen meinetwegen wieder in Gefahr war, machte mir die Prioritäten klar. »Dann gehen wir doch an einen dunklen Ort,« sagte ich. »Die einfachste Lösung war das grüne Monster, die berühmte Mauer am linken Spielfeldrand, an der jeder Homerun scheitern musste. Ich war einmal auf einem Schulausflug dahinter gewesen, in der ersten Klasse vielleicht. Ich wusste noch, dass es unter der Stadiontafel Türen für die Angestellten gab. Ich fand eine, die nicht abgeschlossen war, und wir gingen hinein. Es gab nicht viel zu sehen, nur Metallgerüste, jede Menge grüner Nummern, die an der Wand hingen, und die mit dem Graffiti von 100 Jahren tätowierten Betonrippen des Stadions. Aber der Raum erfüllte seine wichtigste Bedingung. Er war dunkel. Blitzen setzte sich auf einen Stapel Matten und zog die Stiefel aus. Daraus rieselten Eicheln. Seine Socken hatten ein graues Paisley-Muster, passend zur Weste. Diese Socken verblüfften mich mehr als alles, was ich in Valhalla gesehen hatte. Blitz, wieso bist du so angezogen? Du siehst so schick aus. Er blies seine Brust auf. »Danke, Magnus. Es war nicht leicht, zwei Jahre lang wie ein Penner herumzulaufen.« »Das sollte natürlich keine Beleidigung sein.« »Natürlich.« »So ziehe ich mich normalerweise an. Ich nehme mein Aussehen sehr ernst. Ich gebe zu, ich bin ein bisschen ein Modenarr.« Herth ließ eine Mischung aus Niesen und Schnauben hören. Er signalisierte, »ein bisschen?« »Ach, halt die Klappe!«, grunzte Blitz. »Wer hat dir denn diesen Schal gekauft, ha?« Er wandte sich hilfesuchend an mich. »Ich habe Herth gesagt, dass er einen Farbtupfer braucht. Diese schwarze Kleidung, die platinblonden Haare, der rot gestreifte Schal gibt ihm erst den richtigen Pfiff, findest du nicht?« »Äh, klar doch«, sagte ich. »Solange ich den nicht tragen muss, oder diese Paisley-Socken?« »Sei nicht albern. Gemusterte Stoffe würden dir überhaupt nicht stehen.« Blitz runzelte missbilligend die Stirn. »Worüber sprachen wir noch gerade?« »Warum ihr mich zwei Jahre lang überwacht habt?« »Schon gesagt, wegen dem Boss«, antwortete Herth. »Nicht Loki«, sagte ich. »Also Odin?« Blitz lachte. »Nein, der Kapo ist sogar noch cleverer als Odin. Er arbeitet gern hinter den Kulissen. Bleibt anonym. Er hat uns beauftragt, dich zu beobachten und...« Er räusperte sich. »Dich am Leben zu halten.« »Äh, ja«, Blitzen schüttelte die Eicheln aus seinem anderen Stiefel. »Wir hatten nur eine Aufgabe. Wir haben versagt. Haltet ihn am Leben,« hat der Kapo gesagt. »Beschützt ihn, aber mischt euch nicht in seine Entscheidungen ein. Er ist wichtig für den Plan.« »Den Plan?« »Der Kapo kennt sich aus. Mit der Zukunft zum Beispiel. Er gibt sich alle Mühe, die Ereignisse in die richtige Richtung zu steuern. Die neuen Welten daran zu hindern, ins Chaos zu stürzen und zu explodieren. Das klingt nach einem guten Plan. Er hat uns gesagt, dass du der Sohn des Frey bist. Er ist nicht ins Detail gegangen, hat aber eins klargestellt. Du bist wichtig und musst beschützt werden. Als du... Als du gestorben bist, naja, ich bin total froh, dass wir dich in Valhalla gefunden haben. Vielleicht ist noch nicht alles verloren. Jetzt müssen wir dem Kapo-Bericht erstatten und neue Befehle holen. Hearthstone signalisierte und hoffen, dass er uns nicht umbringt. »Ah, auch das!« Blitzen klang nicht gerade optimistisch. »Es ist so, Magnus. Ehe wir nicht mit dem Boss gesprochen haben, kann ich nicht weiter ins Detail gehen.« »Obwohl ich für den Plan wichtig bin.« »Gerade deshalb«, gebärdete Hearth. »Aber wie ist es damit, was passiert ist, nachdem ich von der Brücke gefallen war? Dürft ihr mir das erzählen?« Blitz zupfte sich ein Blatt aus seinem Bart. »Also, Surt ist mit dir im Wasser verschwunden.« »Das war also wirklich Surt.« »Klar doch. Und ich muss sagen, gute Arbeit. Ein Sterblicher, der den Herrn der Feuerriesen besiegt. Das war beeindruckend. Auch wenn es dein Tod war.« »Ich... ich habe ihn also getötet?« »Leider nicht«, signalisierte Hearth. »Stimmt«, sagte Blitz zustimmend. »Aber Feuerriesen bekommt eiskaltes Wasser nicht so gut. Ich schätze, dass der Schock ihn bis nach Musmelsheim zurückgeschleudert hat. Und ihm die Nase abzuschneiden, das war grandios. Er wird eine Weile brauchen, um genug Kraft zu sammeln und wieder zwischen den Welten reisen zu können.« »Ein paar Tage«, vermutete Hearth. »Vielleicht auch länger«, sagte Blitz. Ich sah sie an, zwei Nichtmenschen, die über die Möglichkeiten diskutieren, wie man zwischen den Welten reist. So wie andere darüber sprachen, wie lange man brauchte, um einen Vergaser zu reparieren. »Ihr seid offenbar unversehrt entkommen«, sagte ich. »Was ist mit Randolph?« Hearthstone rümpfte die Nase. »Dein Onkel?« »Nervig, aber es geht ihm gut.« »Kleiner, du hast Leben gerettet«, sagte Blitzen. »Es gab viele Verletzte, viel Sachschaden. Aber kein Sterblicher ist umgekommen.« »Außer dir natürlich.« »Als Surth zuletzt in Midgard war, ist das nicht so gut ausgegangen.« »Chicago, großer Brand«, signalisierte Hearth. »Ja«, sagte Blitz. »Jedenfalls haben die Explosionen in Boston im ganzen Land Schlagzeilen gemacht.« »Die Sterblichen versuchen noch immer, hinter die Ursachen zu kommen.« »Sie vermuten, dass ein Meteoreinschlag das alles ausgelöst hat.« Mir fiel ein, dass ich das zuerst auch gedacht hatte. Und mich später gefragt hatte, ob Surth wirklich für all das verantwortlich gewesen war. Aber Dutzende von Leuten haben Surth auf der Brücke gesehen. Und mindestens ein Typ hat ihn gefilmt. Blitz zuckte mit den Schultern. »Du hast keine Ahnung, was Sterbliche alles nicht sehen. Nicht nur Menschen. Zwerge und Alben sind genauso schlimm. Außerdem sind Riesentarnungsexperten.« »Tarnung? Ich vermute, du redest jetzt nicht von grüngefleckten Stoffen.« »Nein, ich meine Tarnung im Sinn von Illusion. Riesen sind von Natur aus magisch begabt. Sie können mühelos deine Sinne manipulieren. Einmal hat ein Riese Hearthstone glauben lassen, ich sei ein Warzenschwein. Herf hätte mich fast umgebracht.« »Kein Wort mehr über das Warzenschwein«, flehte Hearthstone. »Du bist jedenfalls in den Fluss gefallen und gestorben«, sagte Blitz. »Die Rettungsmannschaften konnten deinen Körper bergen, aber meinen Körper?« Hearthstone zog einen Zeitungsausschnitt aus der Jackentasche und reichte ihn mir. Ich las meine eigene Todesanzeige. Sie hatten mein Klassenfoto aus der fünften Klasse genommen. Die Haare fielen mir in die Augen. Ich hatte mein verlegenes »Was mache ich eigentlich hier« lächeln aufgesetzt und trug mein schäbiges »Dropkick Murphys« T-Shirt. Die Anzeige verriet nicht viel. Kein Wort über mein Verschwinden vor zwei Jahren, meine Obdachlosigkeit, den Tod meiner Mom. Nur unerwartet verstorben hinterlässt zwei Onkel und eine Cousine. Die Beisetzung findet in aller Stille statt. »Aber mein Körper ist doch hier«, sagte ich und berührte meine Brust. »Ich hab doch nen Körper.« »Einen neuen und verbesserten Körper«, sagte Blitz zustimmend und drückte voller Bewunderung meinen Bizeps. »Sie haben deinen alten Körper geborgen.« Hearth und ich haben jedenfalls den Fluss abgesucht. Es gab keine Spur von Surt. Und schlimmer noch, es gab keine Spur des Schwerts. »Wenn es nicht wieder unten im Fluss liegt.« »Könnte Randolph es gefunden haben?«, fragte ich. Hearthstone schüttelte den Kopf. »Haben ihn beobachtet. Er hat es nicht.« »Dann hat Surt das Schwert?«, tippte ich. Blitz schüttelte sich entsetzt. »Das wollen wir nicht hoffen.« »Es besteht noch immer die Chance, dass es bei deinem alten Körper ist.« »Wie das denn?« Blitz zeigte auf Hearth. »Frag ihn. Er ist hier Experte für Magie.« »Schwer zu erklären,« gebärdete Hearth. »Ein magisches Schwert bleibt eben bei einem. Du hast darauf Anspruch erhoben.« »Aber das habe ich doch gar nicht.« »Du hast es zu dir gerufen,« teilte Hearth mit. »Hast es vor Surt in der Hand gehalten.« »Hoffe, das bedeutet, dass Surt es nicht hat.« »Weiß nicht, warum das Schwert nicht mit nach Valhalla gekommen ist.« »Ich hatte es nicht in der Hand, als ich auf dem Wasser aufgeprallt bin,« sagte ich. »Es ist mir aus der Hand gerutscht.« »Ah«, blitznickte. »Das könnte der Grund sein.« »Trotzdem, das Schwert müsste in deinen Grab gelegt oder auf deinem Bestattungsfeuer verbrannt werden.« »Es gibt also eine Chance, dass es neben deinem Leichnam auftaucht.« »Wir müssen einen Blick in deinen Sarg werfen.« »Ich bekam eine Gänsehaut.« »Ich soll zu meiner eigenen Beerdigung gehen?« Hearth teilte mit, »nein, wir gehen vorher hin.« »Der Anzeige zufolge,« sagte Blitz, »kann man heute zu den üblichen Besuchszeiten im Bestattungsunternehmen Abschied nehmen.« »Die Trauerfeier findet erst heute Abend statt.« »Wenn du jetzt gehst, bist du sicher allein.« »Die haben noch nicht geöffnet, und die Trauernden werden wohl nicht gerade vor der Tür Schlange stehen.« »Vielen Dank.« Blitzend zog seine Stiefel an. »Ich werde mit dem Boss sprechen, und auf dem Weg schaue ich kurz in Schwarzalbenheim vorbei und hole mir Sonnenschutz.« »Du schaust in der Welt der Dunkelalben vorbei?« »Ja, das ist nicht so schwierig, wie es sich anhört.« »Ich habe viel Übung darin, und Boston liegt im Mittelpunkt von Yggdrasil.« »Hier ist der Wechsel zwischen den Welten einfach.« »Einmal sind Hearth und ich am Candle Square vom Bordstein getreten und aus Versehen nach Niflheim gefallen.« »Das war kalt,« signalisierte Hearth. »Und währenddessen,« sagte Blitz, »geht Hearthstone mit dir zusammen zum Bestattungsunternehmen.« »Wir treffen uns danach.« »Wo?« »Arlington, Haltestelle«, gebärdete Hearth. »Gut«, Blitzen stand auf. »Hol das Schwert, Kleiner, und sei vorsichtig. Außerhalb von Valhalla kannst du sterben, wie alle anderen auch.« Und das Letzte, was wir dem Boss gern erklären würden, ist, warum wir zwei Magnus Chase Leichname haben.